Moin Leute und herzlich willkommen zu einer Challenge in Rocket League und dabei haben wir heute den Check Speed. Hallo! Wir werden heute sozusagen 11 Meter schießen in Rocket League, allerdings das Ganze mit 100 Metern. Und wir werden das eben auch so machen, dass jeder 5 Schüsse hat und wenn es nach diesen 5 Schüssen noch immer Gleichstand steht, also wenn jeder gleich viele Tore geschossen hat, dann wird jeweils noch ein Schuss angehängt für jeden, bis halt dann ein Gewinn ist. Also so wie beim normalen Elfmeterschießen im Fußball und das jetzt eben mit 100 Metern. Und es ist so, dass ich jetzt von hier ganz hinten starten muss mit dem Ball und dann darf Jack rausfahren, wenn ich hier über diese Mittellinie gefahren bin. Also ab dann darf Jack mich angreifen und wenn ich noch nicht über diese Mittellinie gefahren bin, dann muss er noch hinter der Torlinie bleiben und das macht es jetzt eben jeder 5 Mal. Und am Ende wird sich dann herausstellen, wer gewonnen hat und der Verlierer bekommt dann eben eine Bestrafung. Und diese Bestrafung müsst ihr uns in den Kommentaren vorschlagen. Also ihr haut jetzt sofort mal Vorschläge für eine Bestrafung in die Kommentare rein. Am besten aber ohne Facecam, also sowas, dass man das auch ohne Facecam machen kann. Ja und ich würde sagen, wir fangen mal gerne gleich an. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. So, also ich darf jetzt losfahren und das ist jetzt der erste Schuss für mich. Achso, warte, 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 warte. Egal, egal, passt, passt, passt. Ja, du darfst, du darfst. Okay. Oh. Ja, scheiße. Okay, der erste Schuss ist jetzt schon mal wiederhalten, das heißt, du kommst jetzt dran. Ich darf's raus. Okay. Jawohl, Lenavisch. Scheiße. Ich fahr los und du darfst jetzt über die Mitte, äh, fahren und, scheiße, also du musst ihn einmal berühren. Okay, jetzt ist es vorbei. Genau. Also wenn er dann einmal berührt hat, dann ist es vorbei und dann darf ich nicht mehr schießen. Aber auch wirklich nur, wenn dann der Angriff auch nicht mehr gefährlich wird. Darf's raus. Okay. Oh, oh. Jawohl. Ah, scheiße. Okay, bereit? Yes. Gut, jetzt werde ich aber hoffentlich mit zwei schießen. Du hast raus. Jawohl. Du knapp. Ey, warte, das muss ich noch mal sehen. Oh, wie knapp das war. Ja, das war knapp. Das war verdammt knapp. Scheiße, 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 scheiße. Okay, eins für mich. Du hast raus. Alter, ich fahr... Okay, ich hab mich noch nicht gehört. Oh, oh. Ey, das gibt's nicht. Ich fahr immer vorbei am Ball, ne? Das heißt... Das ist mir jetzt schon so passiert. Ich führ jetzt. Du bist dran. Mit Angriffen. Ah, das stimmt. Danke. Oh, 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 oh. Junge, du willst Experte sein? Ich gucke dir das mal an. Was machst du da? Okay. Fa... Boah, das war... Boah, bist du... Okay, gut. Bereit? Ja. Okay. Raus. Was ist raus? Oh. Oh. Da ist noch knapp. Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, jetzt hast du deinen Eingriff eigentlich schon fast versaut. Ja, scheiße, okay. Verdammt. Jetzt warte. Jetzt war schon Nummer 4. Oh Gott. Gott. Jetzt wird's... Muss ich... Eigentlich... Okay, ich hab immer noch... Aber wenn ich gewinnen möchte, muss ich jetzt treffen eigentlich. Alter, direkt auf die Schnauze, ey. Du musst aber jetzt dann treffen und... Was, das war ja unser Fähnstück, oder? Wenn du jetzt triffst, hast du gewonnen. Ah, okay, gut. Das wäre jetzt heiß. Okay. Volle Konzentration. Du hast draus. Jawoll! Das war das sieges Treffer. Junge. Ja, du bist leider ein bisschen besser als Fähnstück. Ja, das war gut von mir. Naja, vielleicht hab ich ja in meiner Runde gewonnen. Ja, genau. Also Jack hat übrigens auch eine Runde gemacht. Die könnt ihr jetzt parallel gleich danach angucken. Und da entscheidet sich auch noch, ob du gewinnst oder ich gewinne. Also, zwei Strafen müssen wir machen. Und die Frage ist jetzt natürlich, ob Jack zwei machen muss oder ich auch noch eine. Guckt da vorbei. Und ich würde sagen, dann sage ich jetzt mal, bis gleich. Tschüss. Wir können ja überhaupt nicht reden, Alter. Unser Kommentar war nicht so gut heute. Tschüss. 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 Tschüss.